Liebe Freunde, sehr geehrte Herren und Damen, was ist ein Sachbuch? Wem einen Preis verliehen wird, der oder die sollte sich ein wenig oder sogar ein wenig den Kopf darüber zerbrechen, wofür sie eigentlich bekommen hat. Naja, sagt man sich selbst zufrieden, ich habe halt hier und da was geschrieben, was man zum Lesen, darunter der großzügigen Verneuern dieses Preises, gefallen hat. Doch die kritische Stimme, die jeder Mensch, auch wenn er oder sie sich dagegen wehrt, in sich trägt, insistiert, was sind denn eigentlich deine Sachbücher? Und im Besonderen, was sind überhaupt Sachbücher? Sind meine literaturkritischen und interpretorischen Werke, Arbeiten, die ich als Wissenschaftlerin in meiner Universitätskarriere verfasst habe, sind sie einen Preis wert? Oder vielleicht sind auch meine Memoiren gemeint, ob die den Namen Sachbücher verdienen? Und das führte zur nächsten Frage, zur Frage nach der Kategorie, ganz abgesehen von der Qualität. Ein Sachbuchpreis, was genau genommen ist ein Sachbuch? Die leichtfertige, impulsive Antwort auf diese Frage, die auch zum Teil beim Lieber Nordart oder Erich Hachel am Anfang gegeben hat, ist ein Sachbuch, was ein Buch über Technik oder eines, das Kochelzefte oder gute Ratschläge, wie man das umgehen ist, zusammengepasst und vermittelt. Die besagte innere, kritische Stimme ist unzufrieden mit dieser Antwort, sogar wenn ich noch weitere nützliche Bücher vorschlage. Sie schüttelt den virtuellen Kopf und schlägt ihrerseits vor, probieren wir es anders herum und fragen, was ist das Gegenteil von einem Sachbuch? Im Englischen ist der Unterschied, wie er in den Bestsellerlisten der New York Times steht, Fiction und Non-Fiction. Hört sich einfach an, entweder erfunden oder nicht erfunden. Im Deutschen wird es komplizierter. Im Spiegel steht neben der Sachbuchliste ein Begriff, der von woanders herkommt, nämlich die Rubrik Belletristik, also schöne Literatur. Praktisches gegen Schöngeistiges? Wieso? Viele Romane und andere erfundene Quatsch, der sich gut verkauft, sind alles andere als schöngeistig, werden aber urteilslos, weil Plot und Person empfunden sind in dieser Kategorie untergebracht. Unter Non-Fiction lässt nun im Englischen auch die Werke der Geisteswissenschaften gelten, die in der deutschen Definition dort eigentlich nicht hingehören müssen, weil sie auf die andere Seite die penetristische wandern müssen, zum Beispiel manche Historiker, von Dukilides bis Gibbon, die zum festen Bestand der Weltliteratur gehören. Somit sind gerade die Besten dieser Gattung sowohl Sachbuch wie auch Belletristik. Fazit, philosophische und historische Werke können belletristisch sein und sind auch nicht fiktiv. Sigmund Freud gilt als einer der großen deutschen Prosaisten. Seine Fallstudien werden manchmal in Literaturkursen analysiert, als wären sie Novellen. Ich habe selber in einem Literaturseminar über Realismus sein Buch zur Psychopathologie des Alltagslebens zum Helden vergnügender Teilnehmer durchstudiert. Winston Churchill hat den Nobelpreis für Literatur gewonnen, und zwar für seine vielbändige Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Wahrlich kein erfundenes Ereignis. Aber auch Menschen ergeben sich leicht Schwierigkeiten. Zum Beispiel Art Spiegelmanns berühmtes Buch Maus ist ein Buch von Zeichnungen mit Text. Zeichnungen mit Text, also offensichtlich etwas Künstlerisches. Wenn auch auf einer Ebene, die viele kritische Köpfe damals noch nicht gelten ließen, nämlich ein Comic-Book. Und dann noch dazu ein Comic-Book über den Holocaust. Außerdem ist es eine Fabel, im esopschen Sinne, wo Menschen als Tiere dargestellt werden. Die Nazis sind Katzen und die verfolgten Jungen sind Mäuse. Also einwandfrei Fiction. Belletristik? Als es kurz nach erscheinen, dass der New York Times Best-Semmel mistisch stand, und zwar in der Kategorie Fiction, da wehrte sich der Autor vehement. Er habe die Geschichte seiner Eltern geschrieben. Nichts sei erfunden. Es sei ein Buch über die jüdische Katastrophe. Shoah, wie es sich für seine Familie abspielte. Also, bitteschön, Non-Fiction. Die herausgebernde New York Times kam mit seinen Tränen nach, klassifizierten Maus neu. Und wie sich herausstellte, landete es auch diesmal auf der Best-Semmel-Liste nur eben in der anderen Kolumne als Non-Fiction. Es ist seither ein Klassiker der Holocaust-Literatur geworden und hat außerdem die Kunst der Comics salonfähig gemacht, wie nichts vorher. Hier haben wir es mit einer ganz offensichtlichen Überschneidung der beiden Kategorien zu tun. Spiegelmanns Fall ist relevant für mein Schreiben. Denn meine Autobiografie, die vor 20 Jahren erschien, wird trotz meines nicht minder vehementen Widerspruchs immer noch oft als Roman vorgestellt. Mein Widerspruch ist dasselbe wie Spiegelmanns. Hier ist nichts erfunden. Hätte ich erfunden, so argumentiere ich, so würde ich in Lügen. Diese stringente Unterscheidung zwischen Erfinden und Lügen zeigt, wie wichtig der Begriff Sachbruch für die Literaturtheorie im Allgemeinen ist und wie viel wir von ihm lernen können, gerade wenn er sich als vielschichtiger herausstellt, als man auf Anhieb glaubt. Hier geht es nicht um semantische Spielereien. Es ging und geht darum, die große Jugendverfolgung nicht zu verharmlosen. Es geht um die Wahrheit. Denn Erfinden darf man nur, wenn man den Leser zuvor gewarnt hat, wenn man also offen und bewusst Fiction schreibt. Im Deutschen kommt dann allerdings dieses andere Wort, das Wort penetristig dazu, das Wort der Schöne Literatur, bedeutet. Natürlich habe ich wie andere eitle Menschen nichts dagegen, wenn man meine autobiografischen Schriften für literarisch gelungen hätte. Von diesem Standpunkt ist mir die deutsche Kategorie lieber. Auch wenn ich beharren muss, so ist es gewesen, dieses Non-Fiction. Alle Autobiografie ist ein Stück Geschichte, auch wenn die persönlichste Form von Geschichte, nämlich die persönlichste Form von Geschichte. Und es ist nicht zu verwechseln mit einem Geschichtererzählenden. Beim Schreiben haben wir uns der Versuchung widerstanden, ihm da schön zu färben oder gar anschauliche Anekdoten zu finden. Trotzdem sind es gerade die freundlichsten Leserinnen, die mein Buch mit der Bezeichnung Roman als literarisch hochwertig vorstellen und loben wollen. Aber Roman bezeichnet eine Gattung und ist kein Werturteil. Ich berichtige dann gewöhnlich, indem ich sage, ich wollte, das wäre ein Roman, im Sinne von, ich wollte, das alles wäre nicht passiert. Im Frühjahr dieses Jahres wurde mir nochmals deutlich, wie viel der Unterschied ausmacht. Und zwar diesmal ganz unfreundlich, von meiner ablehnenden, sogar gehässigen Seite. Ich hatte am 5. Mai hier in Wien im Parlament die Rede zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus und an die Gefreien von Mauthausen gehalten und dabei meine eigene Erinnerung als Kind in Auschwitz-Birkenau eingebracht. Kurz darauf erschien in einer Zeitschrift namens Aula, ein Name, der eine akademische, zumindest studentische Verbindung suggeriert, so erschienen höhnische Artikel mit dem Titel Lügt und Klüger. Der meine Erinnerungen in Frage stellte und somit ein Feuerchen oder die sogenannte Auschwitz-Lüge wieder anfachte, ohne sich direkt anfechtbar und strafbar zu machen. Denn es ging dem Schreiber ja scheinbar nur um meine persönlichen Aussagen, nicht um einen etwaigen Zweifel am historischen Geschehen. Meine Geschichte ist unwahrscheinlich, aber sie hat sich so zugetragen, wie ich sie beschrieben hatte. Ohne es zu wollen, hatte der Schreiber des Artikels in der Aula, die Frage nach der Bedeutung des Sachbuchs, auf einen Punkt gebracht. Denn wenn ich erfunden hätte, so wäre das tatsächlich Lüge und nicht Fiktion gewesen. Er war fiktiert darauf, dass es unwahrscheinlich klang. Dabei drehte es sich interessanterweise mit dem Stein des Anstoßes diesmal verblüffenderweise um eine eindeutig literarische Produktion, nämlich um ein Gedicht, das ich in keiner Zeit verfasst hatte. Der Autor des Artikels zweifelte weder daran, dass es ein Gedicht sei, noch dass es von mir stammte, sondern einfach, dass ich es zu diesem Zeitpunkt und nicht später verfasst hätte. Und er hatte recht. Allein die unrichtige Zeitangabe hätte das literarische als Verlogene verwandelt. Daher war es mir wichtig, einen Gegenbeweis, nicht für ihn, wohl aber für meine Freundin in der Hand zu haben, nämlich die erste Veröffentlichung des Gedichts gleich nach Kriegs anwenden. Inzwischen habe ich meine Meinung, wenn ich radikal geändert, so doch modifiziert, eingeschränkt. Ich habe lange geglaubt, und Erich Hatler hat das auch zitiert, dass die Grenzen zwischen Fakten und Fiktionen wie Landesgrenzen verlaufen. Die Menschen auf beiden Seiten, meinte ich, können noch so verwandt und verschwistert sein. Den Pferden mag nur eine kleine Fußstrecke sein. Und trotzdem weiß man genau, in welchem Land man sich befindet und welche Sprache hier gesprochen wird. Das stimmt nicht ganz. Es gibt die Beschneidungen, wie man heutzutage, um das in den Tafeln vorzuführen, ja auch über viele Grenzen ohne Zollkontrolle hinwegkommt, so dass man aufpassen muss, wenn man sicher sein will, dass man schon in Österreich und nicht noch in Bayern ist. Zudem sind die Grenzen verschiebbar, sie werden immer neu gezogen. Viele Zeitgenossen haben ihr Leben in zwei oder drei Staaten verbracht, ohne ein einziges Mal umziehen zu müssen. Mein Umdenken geschah teils von Nachdenken über die Werke von anderen Überlebenden. Andere Überlebenden, die nicht in der ersten Person schämen, sondern in der dritten, also fiktiven Helden das Wort gaben über das Leben im Lagern und doch von der lebenden Wirklichkeit handeln. Ich denke hier besonders an die Werke des österreichischen Fred Wanders, des kürzlich verstorbenen Spanien des Korkes in Brun und des ungarischen Nobelpreisträgers Imri Kertes. Drei sehr verschiedene Autoren, die sich erhältende dritten Personen aussuchen. In der jüngeren Generation kommen zu den genannten Zeitzeugen, wie man gerne sagt, auch die Arbeiten von meinem lieben heutigen Audator Erich Hackett. Und er ist ein ganz bewusster Grenzgänger, von dem ich viel gelernt habe. Ein Chronist, wie er sich gerne nennt, dem die Fakten wichtig sind, dass die Fiktionen, obwohl oder weil, aber beides verfügt. Gelernt habe ich zum Beispiel von ihm, das Kontrastpaar wahrscheinlich-unwahrscheinlich einzusetzen, wie ich es eben ausprobiert habe. In seiner Dankrede für den Anubiuspreis von 2006 hat Erich Hackett einen denkwürdigen, wenn auch schwierigen Satz gesprochen. Zitat. Womöbel spielt gerade das Gegensatzpaar wahrscheinlich-unwahrscheinlich die Grenze zwischen faktischer und fiktiver Literatur. Erstere kümmern Fälle, die tatsächlich geschehen sind, und besteht auf diesen Tatsachen, auch wenn sie den Lesern unwahrscheinlich vorkommen. Während Letztere das Privates Wahrscheinlichen anerkennt und ihm in jedem Preis gerecht werden will. Ich meine, Hackett's Geringschätzung von fiktiver Literatur, der das Wahrscheinliche wichtiger ist als das, was sich zugetragen hat, zielt nicht auf die Werke der reinen Fantasie, zu denen er selbst einiges beigetragen hat. Sie zieht vor allem auf den realistischen Kind, also auf die Beschwichtigungsversuche, die das Böse, die Ungerechtigkeit, die Stadt hat, nicht in ihrer ganzen Hässlichkeit darstellen wollen. Der Satz passt auch auf die Polemik in der Aula gegen meine Parlamentsrede. Der Autor wollte den Leser überreden, dass das Unwahrscheinliche nicht stattgefunden hat, einfach weil es unwahrscheinlich ist, und versuchte, ohne es zu wissen, aber ganz im Hakel-Sinne, ein Stück faktische Literatur als fiktiven Kitsch zu entlarven. Ich bin von Beruf keine Schriftstellerin, sondern Germanistin, als eine Sachbuchautorin und Hochschullehrerin, eine, die sachliche Essays über Schriftstellern ihre Dichtungen schreibt und über sie redet. Im Grunde blieb ich auch in den beiden autobiografischen Büchern eine Essayiste. Wenn man genau hinschaut, wird man erkennen, dass relativ wenig erzählt wird. Ich berichte ein bisschen, dann stelle ich das Berichtete in Frage, diskutiere es mit dem Leser, versuche ihn oder sie von der Bedeutung des Berichtes zu überzeugen. Die essayistischen Stellen überwiegen. Es wird weniger erzählt als interpretiert. Das ist so, wie es sich in einem Seminar abspielt. Man legt einen Text vor, kommentiert ihn und hofft, dass von studentischer Seite nun auch einige wohlfondierte Einsichten kommen. In meinen Essays, also in literarischen Aufsätzen, ist es umgekehrt. Da lege ich eine These vor und suche sie mit Belegen und Beispielen zu festigen. Etwa in meinem meist diskutierten Aufsatz, Frauen lesen anders, schreibe ich das Missbehagen einer sehr jungen Leserin, die ich selber war und noch nicht viel von Literatur verstehe, aber mehr verstehen möchte. Und ich finde, Schiller hätte in seiner Hymne an die Freude nicht schreiben sollen, alle Menschen werden Brüder, sondern alle Menschen werden Geschwister. Schiller erwähnte zwar die Frau ein paar Versen später, nämlich wenn es heißt, während holdes Weib beruhen, mische es einen Jubel ein, habe ich mal ein Kind, das gar kein holdes Weib werden, sondern selber zu dem großen Werkscheidspunkt gezählt werden wollte. Solche Einsprenzeln sind humoristisch gemeint und in einem solchen Fall ist es wichtig, dass Schöngeistige, zu dem das Humoristische gezählt werden muss, das heißt hier die Aufschmückungen als solche zu verstehen, nämlich in ihrer Funktion als Hinweis auf das ernstere Thema, hier die relative Ausklammung der Frauen in der klassischen Literatur. Wenn Sie diese Aufschmückungen, was in der Aufschmück passiert ist, nur als Information gelesen werden oder als ein zürcher Aufschrei ohne Ironie, so verlieren Sie Ihren Sinn. Und die Autorin setzt sich dem Vorwurf aus, moralistisch, extrem feministisch und daher leicht schwachsinnig zu sein. Ich gestehe, dass es in allem, was ich geschrieben habe, solche, wenn man will, schöngeistige oder erzählerische Einsprinzeln gibt, obwohl ich selber leider keine Geschichten erzählen kann, außer eben meine eigene in der Autobiografie. In der Autobiografie als Gattung verwirrt uns das Erzählerische, das sich leicht mit Erzählung im penetristischen Sinne verwechseln lässt. Das heißt, wenn Geschichte spannend wird, gerät sie unter Verdacht, eine Geschichte im Gegensatz zur erzählten Wirklichkeit zu sein, auch wenn sich das Erzählte so zugetragen hat, wie es dasteht. Wenn ich dann den Erzählstrom unterbreche durch abstraktere Überlegungen, so werden diese als sachbuchmäßigere Einsprinzeln, als Normal Fiction und erinnern daran, dass es sich nicht um Fantasien handelt. Das Wort Realismus leitet sich ja von Lateinisch Reiß die Sache ab. Da ist es nur ein sprachlicher Schritt weiter zum Sachbuch. Wir stehen also vor einer Dreiergruppe. Fantasie, realistische Erzählung und Wirklichkeit. Und über allen dreien steht noch die merkwürdige und zu hoffen wie alle drei integrierende Kategorie Wahrheit. Die Wahrheit hat zwar anscheinend mehr mit Wirklichkeit zu tun als mit Fiktion, aber sie deckt sich nicht ganz mit der Wirklichkeit, denn der anscheinende Tatsachenbericht hat auch eine Form, eine Form, die Auswirkungen auf das geistige Befinden des Lesers hat, der Aja-Laf und der Form, und die die Leser beeinflusst, also nicht nur Informationen vermittelt. Und auch Träume und Wunschvorstellungen haben wir in der Berechtigung der Literatur, wenn auch nicht im Sachbuch, außer dort, wo es sich um Traumforschung handelt. Sie sehen, die heutige Feier des Sachbuches Schlechtin, in weit über die verdiensteten diesjährigen Preisträgerinnen hinaus, verleitet zum Nachdenken über die Wahrheit und die Unterschiede zwischen Kunst und Lüge. Nachdenken über das, was Sandlichkeit und Wirklichkeit und der Gegenteil sind. Ein Sachbuch ist ein Wirklichkeitsbuch. Wenn eine Prise Kunst dazukommt, kann es sich aus der Wirklichkeit zur Wahrheit steigern. Ich danke Ihnen und besonders meinen Herrn Lerbator für diese Erinnerung.